Schlimme Entwicklungen in dem Fall, wo 20 junge Männer einen Mann und einen weiteren Mann angegriffen und einen davon schwer verletzt haben. Der schwebt nämlich jetzt akut in Lebensgefahr. Ich hatte bereits im Olli-Investiert-Kanal gestern Abend über diesen schwierigen Fall berichtet und jetzt kommen hier weitere brisante Details ans Tageslicht, über das wir sprechen müssen. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt ein Abo dalassen. Und es ist wieder mal ein tragischer, ein ganz tragischer Einzelfall. Wir wissen das ja mittlerweile, solche Delikte sind sehr selten. Nichtsdestotrotz passieren sie statistisch gesehen dutzendfach an jedem Tag. Aber man kann natürlich vor trotz dessen von einem Einzelfall sprechen. Wie das zusammenpasst, verstehe ich bis heute nicht. Nichtsdestotrotz gucken wir uns diesen Fall an, der sich in Kurpark in Bad Oeynhausen abgespielt hat. Und ich hatte gesagt, Bad Oeynhausen, ich habe da irgendeine Erinnerung dran, dass das irgendwie zwischen Frankfurt und Köln auf der A3 liegt. Ich komme nicht mehr darauf, welchen Ort ich dort meine. Bad Oeynhausen liegt korrekterweise, hatten mich ein paar Ermittler hingewiesen darauf. Dankeschön hier in der Nähe von Bielefeld, wie ihr sehen könnt. Ist ein ganz beschauliches, kleines, einfaches 50.000 Einwohner Städtchen. Ein Kurort, deswegen ja auch Bad davor. Und was dort jetzt passiert ist, ist an Unfassbarkeit wirklich nicht mehr zu betreffen. Denn wenn wir uns das Ganze angucken, heißt es hier, eine Gruppe schlägt auf junge Männer ein. 20-Jähriger in Lebensgefahr. Das ist wirklich so unfassbar, meine Freunde, was wir hier mittlerweile wirklich tagtäglich an Fällen sehen können oder müssen, ertragen müssen. Ich hatte einen schönen Kommentar von einem Zuschauer oder Zuschauerin heute gelesen unter eben diesem Video von gestern Abend. Er meinte, ich wünsche mir ein sicheres Deutschland zurück, in dem man gut und gerne lebt, wie es vor Jahren der Fall war. Überlegt mal, was in den letzten zwei, in den letzten fünf und in den letzten zehn Jahren hier alles passiert ist. Und Viktor Orban hat sich ja nicht um Grund so ausgedrückt, wie er es getan hat, dass er gesagt hat, Deutschland riecht und schmeckt und ist nicht mehr so wie vor nur zehn Jahren. Überlegt euch das mal. Vor zehn Jahren, im September diesen Jahres, habe ich mit meinem ersten YouTube-Kanal, der Playbutton davon ist das, 83 MeToo, mit dem Autokanal angefangen. Ich habe das allererste Video in Deutschland bei YouTube hochgeladen zum Thema Autopflege, Felgenreinigung. Ich hatte mir damals gerade einen Z4 gebraucht neu gekauft und es gab diesen Content nicht. Sorry, wenn ich jetzt von diesem brisanten, ganz traurigen Thema abschweife, aber ich möchte das mal loswerden gerade. Denn die Welt und speziell Deutschland war da eine andere. Die war eine gänzlich andere. Wir hatten Probleme, natürlich, egal ob es weltpolitisch, EU-politisch oder nur deutschlandweit war. Aber was in diesen zehn Jahren knapp, jetzt alleine, alles passiert ist und wie schlecht Deutschland dasteht, sei es wirtschaftspolitisch, sei es gesellschaftlich, sei es parteientechnisch, dass eine SPD keine wirklich gute Partei mehr für die Menschen, die in Lohn und Brot stehen ist, dass wir mit dem Bürgergeld die Menschen halt so maximal drangsalieren, die Leute, die davon abhängig sind und das System eben nicht schamlos ausnutzen, die nicht arbeitsfähig sind, dass wir noch mehr, da war es auch schon Rentnermäßig problematisch, aber noch viel, viel schlimmer ist es ja heute, dass jeder vierte Rentner in Deutschland unter 1000 Euro netto monatlich zur Verfügung hat, dass wir so viele Tafeln in den letzten Jahren dazu gewonnen haben, die Aufnahmestopp ihrer Kunden mittlerweile ausgesprochen haben. Das ist doch nicht mehr normal. Das müssen doch Leute auch sehen, die seit 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren in der Politik aktiv sind. Laufen die so oder mittlerweile so mit solchen Scheuklappen vor den Augen durch die Straßen und bekommen das nicht mit? Sind die wirklich so weit weg von unserer alltäglichen Realität? Ich frage mich, wie man die Zustände, die wir in Deutschland aktuell haben, noch für gutheißen kann. Das ist doch die grundsätzliche Frage, die man hier stellen muss. Und deswegen mein Beispiel mit dem Auto, weil ich jetzt vor 10 Jahren eben noch ganz anders unterwegs war. Ich würde mir heute ein Auto wie damals nicht mehr kaufen wollen. Denn wenn ich überlege, wie schlecht der Straßenzustand geworden ist über diese 10 Jahre hinweg, wie teuer es im Verhältnis geworden ist, so ein Auto heute zu fahren im Verhältnis zu damals. Ich habe das in einem einen oder anderen Video schon mal gezeigt. Geht einfach mal auf die Seite drauf vom Bundesverkehrsministerium. Da kann man ja überprüfen, wie die Steuer aussieht für so ein Fahrzeug. Und die ist heute einfach bedeutend höher geworden, je nachdem, welche Zulassung das Fahrzeug hat. Für das ein und dasselbe Fahrzeug. Das ist an Lächerlichkeit alles nicht mehr zu betreffen. Die Spritkostensituation etc. pp. Die Lebensumstände in Deutschland haben sich offensichtlich hier auch dramatisch verschlechtert, wie ich persönlich finde. In der Nacht zum Sonntag wurde ein 21- und ein 19-jähriger Kurpark der Stadt von einer Gruppe von bis zu 10 Männern attackiert. Mit Männer wird es hier betitelt. Wir gucken gleich auch mal, ob wir da in einer anderen Quelle doch was über die Herkunft finden. Krass ist es, wenn es hier weitergeht. Pressemitteilung. Anschließend hätten die Unbekannten auf die beiden Freunde eingeschlagen und getreten. Der Angriff ereignete sich gegen 1.30 Uhr nachts, heißt es hier. Waren die jungen Männer möglicherweise Besucher einer an dem Abend stattfindenden Abifeier, eines nahegelegenen Gymnasiums und zu der besagten Zeit auf dem Heimweg. Die Verbindung zur Abiturfeier konnte die Polizei Bielefeld-Welt auf Anfrage hin aber nicht bestätigen. Der genaue Ablauf des Abends sei noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es am Montag. Klarer sind aber offenbar Details der Attacke. Ein Angreifer habe den 20-Jährigen von der Gruppe weggezerrt und einzeln attackiert, hieß es von Seiten der Polizei weiter. Der junge Mann, der laut Polizei aus Minden stammt, wurde dabei durch Tritte und Schläge auf den Kopf so schwer verletzt, dass er laut Weltinformationen auch noch am Montag in akuter Lebensgefahr schwebte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da abgegangen sein muss. Und auch hier nutze ich gerne wieder meine Reichweite, also euch, wenn ihr Zeugenhinweise habt, wenn ihr da was mitbekommen haben solltet, meldet euch bei den zuständigen Polizeidienststellen und gebt diese Informationen preis. Denn wenn wir jetzt hier diese Nachricht hier angucken, akute Lebensgefahr. Und nochmal, wir sehen diese Informationen der Täterbeschreibung hier jetzt so ja erstmal nicht. Haben wir die hier unten? Ja, hier unten doch. Hier unten haben wir sie auch mit drin. Man muss ziemlich weit scrollen. Es soll sich um bis zu 10 Personen handeln. Männlich, südländisch, etwa 19 bis 20 Jahre alt. Ja, das ist natürlich nur ein Einzelfall, dass wir jetzt solch eine Täterbeschreibung hier bekommen. Da kann man auf gar keinen Fall auf eine Verallgemeinerung übernehmen oder sonst was machen. Aber das ist nun mal die Realität, dass es so die Kandidaten sein sollen, die das Ganze getan haben. Die Polizei bittet die Kandidaten, sich zu stellen, wie es hier noch heißt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags in Tat einer mit schwerer Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden. Ebenso appellieren sie an die Tatverdächtigen, sich freiwillig zu stellen. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass diese Kandidaten sich wirklich freiwillig stellen werden oder ob das nicht der Fall sein wird. Ich habe da so eine gewisse Tendenz. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die sich, diese Kandidaten, freiwillig stellen werden. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.